Herzlich Willkommen zurück, Heroes of the Storm Schnellsuche. Ja, ihr habt es vielleicht miterlebt, die letzte und die vorletzte Folge, da hatten wir richtig schlechte Shogals im Team, random natürlich, die irgendwelche kurillischen Zeichen rein spammen, wie gesagt, ich habe da ja im Grunde nichts dagegen, aber man versteht ihn halt leider nicht und nur rein rennen und platzen die ganze Zeit, Alter, das ist richtig anstrengend. Und, ja, ich bin hier gerade mit dem Phoenix ein bisschen dran im Chat, ne, und jetzt habe ich gesagt, weißt du was, komm, lass uns mal an Shogal nehmen, ich meine, wir sind jetzt nicht im Teamspeak oder so und wir haben den nie geübt, ne, ich habe ihm den Helden nur gegeben in den KI-Folgen, ihr habt es ja miterlebt. Und, äh, naja, ich gehe mal davon aus, dass wir den Shogal jetzt nicht perfekt spielen werden. Definitiv nicht. Aber, definitiv, um, um das jetzt mal abzuschließen, wir werden den definitiv nicht perfekt spielen und ich bin auch nicht gut und haste nicht gesehen, hier, Disclaimers. Äh, und der gegnerische Joe ist Rang 17 und der Gall 38, wir werden schon ein bisschen mehr drauf haben als die letzten, die bei uns im Team waren. Mal gucken, ob wir da mithalten können. Der Phoenix und ich, ähm... Ja, auf der Karte auch nicht unbedingt das Beste, aber, wie auch immer, aber wir werden mit Sicherheit besser sein als die letzten beiden Shogals in unserem Team, weil die sind nur Solo reingelaufen in die Massen, weißt du, ich meine, das ist auch nicht mit Easy KI vergleichbar. Ja, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, Easy KI, gar kein Problem. Oh, Phoenix hat das Spielweg. Hm, Phoenix ist rausgeflogen, oder? Was ist rausgeflogen, oder? Das war's für heute. So, wir haben schon wieder keinen Offerbot-Lane, verlieren deshalb XP. Kurze Brunnen. Alter, ja dann, keine Ahnung, Junge. Dann müssen die anderen, weil einer muss ja auch für mitlähmen bleiben, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Alter, ja okay. Komm schon, komm! Sehr dank. Das ist wahrer Mut. Das ist ja natürlich der Gegner ist schon geil, den habe ich bisher noch nicht gesehen. Ach, da oben. Ach, die haben das schon gelootet! Ja krass, ja warum gehen wir dann hoch? Das ist dann fucking you. Ich bin zu zu sehen wie ich jetzt... Wo war auf einmal unsere Sonja eigentlich? Hm. Ach, die hat das Ding gelootet. Im Kampf. Ah, nice, nice, nice. Alter, die... Gott, ey. Alle sind jetzt in der Mitte. Wer wird um meine Gunnen schüllen? Keiner top. Na ja, gucken wir mal. Tropfsteinhöhle, Tropfsteinhöhle, Tropfsteinhöhle. Geregenheiten. Komm, kill it. Kill it. Alter, das gibt's doch nicht. Oh, Gott. Halt euch, oder sterbt eure Scheibe. Das wenig bricht allein. Was hab ich hier? Nein. Wir haben verlassen. Es wurde... Wir haben hier zurück. Kein Scheiß. Aktuell zumindest keine Chance. Was will er denn von mir? Ja, hier, jetzt haben wir den Salat. Ich stehe nicht in der Soße drin. Ganz alleine. Haben wir einen Heiler eigentlich? Ja, den Karazin, ne? Oh, okay. Okay. Mahudi, muh, booty. Ja. Das war's für heute. Speed, zünde Speed! Was hätte der geschrieben? Ach so Ich beleidig böse, ne? Ja Ja Das Schnellicht bricht da rein. Wer war das, der mich beleidigt hat? Ach, die Sonja war es, okay. Just for the interesting. Man, das spampt er rum, Junge. Wir sollten diese Seldner rekrutieren. Oh man, wir haben schon wieder so einen Spam-Noob dabei. Sonja kann auch nur flamen und... Das Schicksal eurer Feinde ist besiegelt. Und stirbt sechsmal. Was wollen die denn von mir? Ich schnall's nicht. Wegen dem Boss jetzt, oder was? Wegen dem Camp, oder was? Sorry. Vielleicht bin ich ja wirklich ein Nu. Aber ich schnall's nicht, was sie von mir wollen. Wir sind unauf-einbar! Ich schnall's nicht. Ich schnall's nicht. Ich schnall's nicht. Was sind die denn? Vielen Dank. Das war aber gut. Gute Idee, Sonja. Bin ich wieder der Noob, ne? Liebe Güte. Meine Kraft kehrt zurück. Wir werden sie vernichten. Sorry, aber... You are so slow, you are so slow. Hätten die mal die Cho Geils erleben sollen, mit denen wir die letzten Runden spielen mussten. Außerdem haben die Gegner auch einen Cho Geil, der, äh... Weiß ich nicht. Ach, mir ist das auch egal, weißt du. Lass die Leute jammern, Junge. Stirbt siebenmal und reißt nen Bubble auf. Throwback Pro源. Geil des Storchs. Hehehe, gut intelligent. Ich werde alles auslöchen, was da ist. Oh mein Gott. Das gibt dir richtig. Oh man. Jesus, Luft! WDR mediagroup GmbH Hauptsache, ja, Mann. Gut gekämpft, Helden. Hauptsache, ja, Mann. Was soll ich sagen? Ich fand, das war eine recht gute Runde. Boom. Check the score. Was soll ich sagen, Alter? Most EP-Beutrag, hier, Rolle, boom. Hier, ne? Was soll ich sagen? Ich meine, es war jetzt vielleicht auch nicht so gut. Anzahl der Heldenkills, an denen man beteiligt war, 21. Richtige Death Plus, 4. Der Gall, 7. Das war doch okay. Phoenix sagt, er war zufrieden. Ja, check the talents. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und, äh, Peace out. Ja. gonna, slung,